herzlich willkommen zu einem shop video jetzt werden wieder häufiger streams auf twitch kommen das heißt checkt gerne mal den ersten link in der video beschreibung aus dort kommt ja auch mein twitch kanal ich würde nicht riesig freuen wenn ihr dort mal ein follow da lässt damit wir irgendwann auch mal 50 follower dort erreichen wir auf jeden fall super nice und heute im item shop haben wieder neuen skin und seit den delirium skin wieder ein neuer skin aus zum halloween event am dienstag wird dann ja wahrscheinlich auch die karte etwas in halloween eingehüllt da fort ein märz laut epic games am 29 oktober startet und es ist genau der dienstag ja auf jeden fall das kind sieht ziemlich nice aus mit hörnern und so ein bisschen skelett mäßig hinten auch noch so ein illuminati backpack es heißt illusions rune sieht aber ziemlich cool aus so eine mischung aus magier und so ein bisschen eben halt na nicht menschlich ins gestalt sieht ziemlich cool aus dann gibt es noch den zucki skin dann die kopfer wespa sieht auch ziemlich nice aus heftiger hieb als spitzhacke und die stache lackierung stache lackierung ist wie eine grüne lackierung finde ich ja für eine grüne lackierung ganz in ordnung auf jeden fall dann habe ich hier den zorgoton aus dem ufo set hier auch mit area 51 so eine kleine anspielung hat auch wenn man hier tausend 200 v bucks für den skin ausgibt für den blauen skin 1200 v bucks ausgibt bekommen gleichzeitig auch eine grüne schwezhacke noch dazu die ja normalerweise glaube ich auch noch mal 800 v bucks kosten würde 500 v bucks kosten würde finde ich auf jeden fall ganz cool ja dass das so einem paket ist kann man sich auf jeden verkaufen dann kann man noch eine team welt all die mode kaufen für 200 v bucks und rasende anstorben fortbewegung smoth sieht ziemlich nice aus dann haben wir von gestern den agent des chaos und zwei verschiedene stilen ein modern einmal normal und dazu noch die chaos sensor und der schwarzer schleim lackierung pop sternchen war glaube ich auch schon ziemlich lang im shop drin heute auch neue knochen blüter als spitze hacke sieht ziemlich cool aus mit schön viel holz und immer so müssen mit orange grün so ein bisschen an halloween auch angelehnt und sieht wirklich nice aus dann der schneid skin und der recheren skin finde ich sie ziemlich nice aus kann sich für ihn verkaufen dann haben wir noch die fürchte flamme und die lackierung sieht wie ich finde ziemlich ziemlich cool aus hier mit denen ja mit den kürbisköpfen wo hinter so ein bisschen feuer ist und dann immer so wie so ein banner sich dann bewegt sieht verdammt nice aus auf der pump kann sieht das überhaupt nicht gut aus es gibt ein paar waffen worauf es nice aussieht hauptsächlich eigentlich eher auf den etwas größeren waffen und hier ist das irgendwie auch ziemlich strange aus also passen auf alle waffen aber ich finde vor allen dingen auf der scar sieht das schon ziemlich nice aus kann man auf jeden fall kaufen dann aber blindgänger bombe als die mode 200 wie box dafür vollkommen in ordnung und das war's mit den heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao